Hat sie vielleicht ihr Haus verloren? Also Nacktschnecke, ihr Haus. Aber vielleicht ist sie in einem leeren Haus angekommen. Die Nacktschnecke. Und da war noch ein Pferd drin, wo sie auch drauf. Und da hat sie Spider-Man aufgeschaut. Und dann würde sie das vielleicht an den Spider-Man. Oder vielleicht ist es die Spider-Man-Schnecke. Schnecke.